Okay, vielen lieben Dank. Auch nochmal an das Panel. Ich fand das eine super spannende Diskussion. Auch ganz herzlichen Dank Ihnen nochmal fürs Einspringen in der Moderation. So kurzfristig, das war wirklich klasse. Ich kann nur sagen, wow, das war ein Tag. Der war dicht, der war voll. Der war sehr spannend, fand ich. Wir haben Perspektiven und das fand ich sehr wertvoll aus ganz unterschiedlichen Ecken gehabt. Wurde ja auch schon angesprochen von der Umwelt- und Nachhaltigkeits-Community aus den verschiedenen Stakeholder-Gruppen, aber auch aus der Digital-Community und am Ende auch noch mit einem starken Aufschlag aus der Kulturszene. Vielen Dank auch dafür, auch wenn es so natürlich spannend ist, wie es weitergeht, aber doch erstmal so ein dystopisches Gefühl bleibt. Wir haben ganz unterschiedliche Ebenen touchiert. Wir waren auf sehr technischen kleinen Ebenen. Da ging es um einzelne Softwareprogramme. Wir haben über Ansätze von Unternehmen geredet, über Ansätze, wo man mit Politikmaßnahmen vorangehen kann, bis hin zum Ende über globale gesellschaftliche Entwicklungen. Auch da haben wir, glaube ich, gesehen, man kann in einem Tag viel anreißen, aber wenig zu Ende diskutieren. Aber für uns ist das ja auch nicht das Ende, sondern ein Punkt, an dem wir mit Ihnen zusammen weitermachen wollen. Ich freue mich, in den Pausen gehört zu haben, dass viele von Ihnen viel mitgenommen haben. Mir geht das natürlich genauso. Viel an Wissen, aber auch viel an Bestätigung, dass wir an den richtigen Fragen mit dran sind. Da wollen wir weitermachen, gerne mit Ihnen. Und auch wir als Institut freuen uns da sicherlich, in dieser Reise weiter gemeinsam unterwegs zu sein. Und ich freue mich, auch viele Ansatzpunkte gehört zu haben, sehr konkrete, wo man sagen kann, da muss man ansetzen, wenn wir vorankommen wollen. Am Ende muss ich natürlich auch und will ich auch allen danken, die das möglich gemacht haben. Das sind zum einen natürlich die ganzen Inputgeberinnen und Geber, die sich bereit erklärt haben, ihre Perspektive zu teilen. Das ist aber natürlich auch, Sie wissen es ganz klar, ein Orga-Team und ein inhaltliches Vorbereitungsteam. Insofern ganz, ganz herzlichen Dank an Mandy Schoßig, Marco Schwerz, Clara Wisotzki, Annette Michels und viele weiteren Helferinnen vom Orga-Team und für den inhaltlichen Vorbereitungsteil an Karl-Otto Gensch, Manuela Weber, Peter Geilhofer, Christoph Timpe, Christoph Heinemann und Jens Gröger mit morgendlichen Grüßen nach Neuseeland. Ganz vielen Dank für die Vorbereitung. Das war super, eine tolle, tolle Arbeit vom Team, vom Öko-Institut. Herzlichen Dank dafür und ich finde, da sollte man einen ordentlichen Applaus für geben. Jetzt müssen Sie noch ein paar Minuten, aber nicht mehr so viel, weil wir ein bisschen in Zeitverzug sind, überbrücken, bis dann Sie herzlich eingeladen sind um 18.30 Uhr, wenn es draußen im Foyer weitergeht mit dem Abendprogramm. Da werden wir anlässlich des Abschieds von Michael Seiler, dem langjährigen Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung vom Öko-Institut, einen Empfang noch haben, wo wir Sie alle herzlich zu einladen. Wir freuen uns dann nicht nur auf die Rede von unserem Vorstand, sondern auch von Staatssekretär Jochen Flassbart aus dem Umweltministerium und danach gibt es dann auch noch was zu essen für alle, die bis dahin durchgehalten haben. Bleiben Sie gerne lange mit uns dabei, suchen Sie den Kontakt, haben Sie noch spannende Gespräche und jetzt wünsche ich Ihnen erst nochmal eine gute Überbrückung, bis dann der Empfang beginnt. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank.